In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an, denn Bitcoin ist jetzt hier durch unsere Widerstandszone nach oben hin durchgebrochen. Was das jetzt für uns bedeutet, werde ich euch in diesem Video ganz genau erklären, denn es könnte jetzt natürlich sehr gut sein, dass wir jetzt hier direkt hochgehen zu unserer nächsten Widerstandszone und die lag bei unserem alten Alltime High von 65.000 Dollar, was jetzt aktuell das wahrscheinlichste Szenario ist, werde ich euch jetzt ganz genau erklären. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Crypto Deutschland. In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an. Heute wird es wieder sehr, sehr wichtig und es gibt heute sehr, sehr, sehr gute Neuigkeiten. Denn das, was uns jetzt hier vor dem Alltime High, also vor unserem alten Alltime High, was ja hier oben lag bei 65.000 Dollar, zurückhält, war nur eine Sache und das war hier diese gelbe Widerstandszone. Und jetzt letztendlich haben wir diese gelbe Widerstandszone nach oben hin durchbrochen, haben Kerzen oberhalb dieser Zone geschlossen und heute ist ja Sonntag und auch heute wird die Widerstandszone in meinen Augen erneut durchbrochen, indem wir die Weekly Kerze oberhalb schließen. Und wenn wir die Weekly Kerze hier oberhalb schließen auf dem jetzigen Level, dann ist diese Widerstandszone bestätigt nach oben hin durchbrochen und dann wäre der nächste Widerstand, den wir Beachtung schenken sollten, erst wieder hier oben im Bereich von 60.000 Dollar. Was das jetzt konkret für uns bedeutet, was ich mit meinen Trades mache, werde ich euch ganz genau an dieser Stelle erklären. Und wir schauen uns hier einmal diese Box an, wie sie überhaupt zustande gekommen ist, denn das ist jetzt auch sehr wichtig. Wir hatten beispielsweise hier an dieser Stelle einen Widerstand, haben diesen Widerstand dann hier nach oben hin durchbrochen, an dieser Stelle hier unten als Support getestet, das heißt dieser Punkt hier ist für uns auch nochmal sehr wichtig. Dann hatten wir hier, als wir das durchbrochen haben, natürlich hier auch wieder einen Widerstand, hatten hier einen Widerstand, hatten hier nochmal diesen Widerstand und jetzt letztendlich haben wir diese Box nach oben hin durchbrochen und das sind sehr, sehr, sehr bullische Neuigkeiten für uns. Denn den nächsten Widerstand, den wir, natürlich haben wir hier vorab gesagt, natürlich in dem Bereich beispielsweise noch einen Widerstand, aber der nächste größere Widerstand, wo wir wirklich mit einer stärkeren Korrektur rechnen müssen, liegt jetzt hier erst beim All-Time-High. Der Widerstand ist natürlich stark und das wird auch dauern, bis wir den durchbrechen, aber jetzt sieht es aus Chart-technischer Sicht sehr danach aus, als würden wir hier wieder hoch auf das All-Time-High gehen und falls wir das hier oben natürlich durchbrechen, dann werden wir neue All-Time-Highs sehen. Wenn wir uns auf dem Daily Chart die EMA-Ribbon anschauen, was einer der wichtigsten Indikatoren ist, haben wir ja auch festgestellt, dass wir hier die EMA-Ribbon nach unten hin durchbrochen haben, waren dann hier in einer Bärenphase und als wir dann hier an diesem Punkt die EMA-Ribbon wieder nach oben hin durchbrochen haben, ausgebrochen sind, die geretestet haben und jetzt wieder gebounced sind, auch hier ein Higher High dann im Endeffekt gesehen haben, ist jetzt hier quasi ein bestätigter Breakout aus der EMA-Ribbon plus wir haben hier diese Support-Box nach oben hin durchbrochen. Außerdem sind wir ja hier in meiner VIP-Gruppe noch in einen Trade reingegangen bei 41.800 Dollar. Wir sind aktuell sehr krass im Profit. Ich blende euch hier mal meine Profite aus meiner aktuellen Position ein, die ich bereits noch nicht geschlossen habe. Ihr könnt auch gerne auf Instagram mir folgen. Dort poste ich auch immer regelmäßig Updates zu meinem Trade. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, hier mir auf Instagram zu folgen. Und wie gesagt, es sieht hier sehr gut aus. Wir können auch mal kurz in den kurzen Time-Frame reingehen, also in den 4-Stunden-Chart. Und genau, dort sehen wir auch nochmal genau, was passiert ist. Wir sind halt hier einmal oben zum Top von dieser Support-Box gekommen, sind dann nach unten ausgebrochen, konnten uns dann aber wieder fangen und haben dann auch hier, da war ich auch zufällig im Livestream, perfekt mit einer Wig hier unsere Support-Box wieder getestet. Das heißt, wir sind jetzt hier auch wirklich auf dem 4-Stunden-Chart zumindest schon bestätigt ausgebrochen, was jetzt heute noch entscheidend für mich ist, wo ich dann auch nochmal meine Position vergrößern werde. Das wird nämlich jetzt ein Long-Term-Trade, den ich aktuell offen habe, ist, wenn wir jetzt einmal in den Weekly-Chart gehen, wenn die Wochenkerze hier quasi oberhalb schließt, weil wenn die Wochenkerze jetzt hier einfach in diesem Preisbereich schließen würde, dann wäre das sehr bullig, da wir dann einen Weekly-Breakout haben und dann damit rechnen können, dass die nächsten Wochenkerzen auf jeden Fall wieder sehr bullig sind und uns in den nächsten Wochen, sage ich mal, wieder auf die Höhe von unserem alten All-Time-High bringen werden. Und das sind doch mal sehr gute Neuigkeiten. Wenn ihr das feiert, dann drückt auf jeden Fall bei diesem Video die Daumen nach oben, würde mich sehr unterstützen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne hier unter YouTube einen Kommentar. Ich beantworte hier immer alle Kommentare selber. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, einfach einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr auch in meine VIP-Trading-Gruppe kommen wollt, klickt hier mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung, denn dort kommt ihr nämlich in meine VIP-Gruppe, wo ich auch beispielsweise hier diesen Trade, den ich euch eben eingeblendet habe, auch rechtzeitig reingeschickt habe. Wir haben da alle sehr gute Profite gemacht. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben und dann sehen wir uns. Und bis dann und ciao.